Julia, wer bist du für ein Sternzeichen? Ich bin ein Steinbock. Oh. Capricorn. Ein Erdzeichen? Ein Erdzeichen. Yes, me too. Ah, wirklich? Ja. Und ist das eine gute Voraussetzung oder nicht eine gute Voraussetzung? Das No-Go. Wirklich. Erdzeichen und Erdzeichen. Geht gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht daran. Ich habe gehört, dass man gut matcht. Ich glaube, wir sind beide so down to earth. Ich habe noch einmal gehört, dass es bei zwei Erdzeichen im Bett richtig langweilig werden kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Der Flirt ist on. Antonia und Julia sind am Flirten. Herzlichen Haufen. Herzlichen Haufen.